und damit herzlich willkommen zu emergency 4 in der blackie edition im multiplayer mit tommy der nicht sagt dann grüßt mal blackie hallo so machen die das immer bei mir jedes verfickte mal also ich spiele heute nur mit blackie tommy ist eventuell auch da aber den ignorieren wir jetzt einfach mal ja ich bin nichts anderes gewohnt genau wir spielen wir spielen feuerwehr warum ich habe ich habe irgendwie meinen melder sound kaputt gemacht der gepiept nicht mehr hat gerade schön man hat gerade schön gepiept aber es ist ja ein blackie einsatz genau wieso ich könnte nebenbei ein bisschen rum hier schön ja wohl ich komme ich komme dafür dazu du kommst der vier okay also ich spiele die zwei und die drei tommy macht die eins und die vier und blackie hat mal wieder bock auf pool und rd das korrekt und da brennt übrigens wirklich da brennt es wirklich ich habe ein bisschen action ja gleich haben wir 100.000 verletzte und kotzen im blackie das ist so ein kleines lagerfeuerchen da baue ich jetzt ein löschangriff auf damit sich das nicht ausbreitet und dann kann gleich die vier reingehen damit die auch mal was löscht unterschätzt nie das feuer bei meyer haben ja das stimmt sollte man wirklich nicht tun weil dann nimmt dich eben für habs naja was ich bei euch da bei m5 im live stream so gesehen habe das sah auch nicht viel besser aus ah nee das war das war anstrengend wo ich sagen muss die neue version ist eigentlich ganz geil die macht tatsächlich sogar spaß da muss ich mir auch irgendwann mal angucken du sagt meldest dich ja nie jetzt bin ich wieder schuld kann den max gecko klaut mir hat immer sofort meine leitstelle ich habe ja gar keine chance war ich habe den nach auch mal leitstelle gespielt war recht interessant willst du nicht vielleicht evakuieren vorsichtshalber wäre schön ja dann feuerchen ist gleich aus ja gut dann ja dann fahr mal lieber deinen v u ich fahre an was hast du für ein v u ach ok ich nehme mal nef und rcw mit von mir ja von mir kommt was mir dazu warum wache 4 bleibt dann erst mal in bereichschaft ne ja mach mal ich hätte ja den art bin doch doch ich hätte der rüstzug alarm einfach machen können quasi ja ne ich nutze es auch viel zu selten wache 4 mit dem schönen c4 das ist das ist noch eine wache mit stil ja das hat schon was ich versuche blacky immer noch zu überreden so so ein ln2 eines tages klappt das irgendwann ja man muss auch mal träume haben was hast 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 du gerade eine hand frei für hier oben was heißt für oben für die person die da umgefallen ist ja du könntest ja mal erst behandeln bis der rtw da ist der rollt schon das kann ich machen ach das ist tatsächlich bei der wo der lkw steht der schwarz weiße genau da in der halle du stehst gerade näher dran deswegen wollte ich dich mal rüber schicken haben wir dann auch ein feuer warum brennt das jetzt schon wieder da drin ist aber nix ne ach blacky hat wahrscheinlich auf feuer gedrückt ne ja ja vorhin schon ja okay dann hat es hier gebrannt dadurch hat die bma ausgelöst und jetzt kommt die feuer meldung dazu dann hast du ihm kein bma einsatz ausgelöst und dann war feuer aus genau dann ist hier oben jetzt feuer aus so ich nehme mal den in dem schwarzen pkw tommy gut dann übernehme ich den im weißen oder auch was es sein soll jetzt mal gucken dass der rettungswagen sich hinsichtlich hinstellt ach ja hier war das schöne metz elf auch schön ich finde die kombi ja sehr geil zwischen sehr modernen elf und relativ altem ist das schon cool gerade auch für eine bf ja das ist schon schön schöne kombination hier nicht immer nur so ein ganz moderner fuhrpark du kannst da meine können hier oben abziehen ok sturz da kann ich auch komplett eindrücken dann das feuer ist ja aus du kannst eindrücken mit der vier so aus dem datieren das dort also wurde echt schnieren gesagt ja wie war das mit polizei hat nicht viel zu tun ja hatten wir beim letzten mal schon so furchtbar furchtbar also wenn man das läuft alles ja wer unterwegs hier also ein rettungs... nee hab ich noch etwas hier ach natürlich ja hab ich noch etwas hier meinen schwansen siehst du das vielleicht bräuchte ich noch einen zweiten vielleicht aber nur vielleicht wir gucken mal erstmal hinfahren blöd gucken und was man braucht doch keinen mehr du brauchst nur einen so dann brauche ich mal so und wenn der andere jetzt weg hast du den falschen festgenommen der miesen toyota vorbei aber jetzt gesehen die haben in wirklichkeit haben die die blinker und die bremslichter oben in den blaulicht hauble mit drin aber das lässt sich den man mit blaulicht schwer umsetzen wenn das dann noch an ist bestimmt dann zu berichtet man nehme ich an wobei müsste ich mal gucken wie das dann wirkt fährst du das ich fahr ja perfekt bin schon unterwegs so irgendwo ist voll gesperrt sehr schön diese motorsounds beim starten ja das stimmt das ist auch die das ist die türen abfahren das ist auch die erste bf immer die sowas macht motorsounds ändern tatsächlich blackie du bist jetzt trendsetter ja wäre schön also wie sagt ihr könnt euch da oder du kannst dich da auch dran bedienen rené wenn du möchtest deine alles schon rausgeklaut keine angst alles schon erledigt was erwartest du denn mal bräunen sollte irgendwie auch kommen habe ich so gehört zumindest da zumindest schon schon die pumpen sounds geändert sehr alt das ist echt angenehm dazu relativ dass wir vielleicht noch was machen engel könnte das ist echt angenehm was er da drin hat dort im da magst du transit kannst du den fahndromion ja natürlich das wäre es natürlich kein problem für dich zur info hier müsste nur noch abgeschleppt werden ja der ist auch schon und du hast es ja okay das wisse tele also du fährst mit alter mit gtlf ist das dein ernst natürlich klar findest du dich ein bisschen übertrieben so ganz minimal minimal nicht normal ja absolut na dann ist gut ich frage ja nur könnte ja sein blackie hat die karre nicht gebaut damit sie in der wache rumsteht und verrostet ja ja klar deswegen fährt man zum biggyeband mit einem gtlf mache ich auch immer so die stadt muss doch zeigen was er hat dann natürlich das ist wie wenn ich mit sogar den halben halben tank verbraucht dafür ich fahre auch immer mit dem sattel schon mal eine palette ausweichen es geht einfach ja fährst du nicht mit 40 tonner eine kiste bier kaufen natürlich und das ist gar nicht so abweh ich bin und also nicht dass wir bier kaufen sondern wir sind wir sind tatsächlich mal für ein brett da fünf meter langes brett sind wir 60 kilometer gefahren mit 16 tonner kann man so machen muss man nicht aber kann man mal funktioniert warum sollte man es nicht tun ja autobah autobah vier stunden weg aber frage von freund habt ihr was frei für den hier oben ja stadt 6 leider ich habe mich gerade auch nichts mehr okay also zumindest ein rtw kann ich hinschicken nef muss von außerhalb kommen das komme ich hummer den 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 hier den den hübschraub bär den schraub den schraub so wo ist denn der zweite abschleppwagen jetzt in freunde das ist der erste und der zweite ist nicht gekommen okay ah tommi spielt das gtlf noch schönen begleitschutz für den abschlepper falls die karre auf dem schlepper noch mal anfängt zu brennen dass man es dann einfach direkt runter pusten kann ja genau dass wir hier nicht einen auf was noch in gelsenkirchen war schon bochum machen wo man dann abends noch mal hinfahren muss weil die karre wieder brennt klassiker kann halt passieren muss ja auch erstmal daran denken dass ein bmw da noch drei batterien im kofferraum hat echt schlimm heutzutage mein rtw ist fast da ja der hubschrauber startet gerade rechts so fliegt dann links rüber was ist eigentlich mit der idee dass das teppich klopft was kommt da kommt die noch also das ist auch noch mit auf der agenda aber halt wann ist ja auch naja wo er ist gerade aufhalten kann glaube ich ja ich bin schon drin ist ja welche floren hat sie lohnt gut gelandet hier also hier könnte ich ein notarzt hinschicken ja aber ich habe auch noch irgendwas irgendwas rollt da gerade ach geht der miesen das wagen ist frei da kommt doch nur das von mir person im asiblock lebt wieder ja ich bin auch dran oder nicht noch bist du nicht dran jetzt jetzt bist du dran jawohl und dann kannst du eigentlich mit dem rennungswagen oder abrücken dann schon unterwegs bin schon weg so was denn noch gewesen das schlimm wagen ist auch da hervorragend so geht die elf ist wieder da einmal auftanken er kommt auch nicht zurecht hier wissen alter da hoch sollst du fahren löscht einfach die autobahn das ist echt so wenn ich denn da wo da da ist die wegfindung echt blöd gemacht die autobahn sagt auch neu sie mögen sie so wie m4 mit einer besseren wegfindung der besseren grafik mehr objekten auf der map und sind also zufrieden objekt grenze schön so anheben so auf das einfach generell einfach größere maps ja das auch ja weil 500 mal 500 meter sind echt klein wenn du eine reale map nachbauen willst stimmt schon ja so dann ist es doch schon mal gar nicht mehr so schlecht hier also irgendwie das haben wir auch abgefrühstückt bei bürger king könntest du eigentlich direkt einladen ja dann steige ich zu von arbeit der kann auch weg der vogel hier vogel ja das ist dieser komische spanner der da an der schule steht der klassiker der ist aufgefressen ich habe feuer ich habe feuer an der schule scheiße blacki hat es da gezündelt aus gründen nein ich habe alle jetzt okay aus gründen weil du tomm ich hätte da so ein gtlf im angebot ja das kommt dann fahren wir da mal drunter kommt ja ja bitte fahren wir da mal mit dem löschen zu können naja tommi vielleicht ist das ja irgendwie ein omen zu dem thema was wir gestern hatten genau deswegen meine ich ja so ein wink mit dem soundfall quasi äh tommi ich fahre mit dem gtlf rückseitig der lagerhalle und kümmere mich um das grünzeug ja quasi rechts von der halle und du hast ja im löschtzug direkt das tl öffnet dann ja das ist ja ganz nett ach ja da kommt jetzt das niedliche kleine tlf 3000 von der wache 1 naja zusammen mit der leiter hast du fast eine staffel aber auch nur fast aber auch nur fast also ich fahre direkt auf den haupt tot und harry sperren schon ab naja schneller wieder beziehungs ich fahre direkt auf den oft auf den hof drauf ist die lagerhalle betretbar ja das ist gleiche wie man ja vorhaben das ist ja tendenziell nicht so cool aber fragen jetzt nicht was da drin ist menschen auch so gucken ob man noch evakuieren können ja oder ob schon zu heiß ist hat der blacky was zu tun eindeutig zu heiß mach mal nicht wir sind da nicht so ich stehe da immer noch felsenfest also ich weiß nicht was du meinst ich stehe da immer noch felsenfest also ich weiß nicht was du meinst also brandursache steht schon mal fest hohen richtig kohlen holen eindeutig genau die verletzten dann bitte richtung all die mark jawohl danke ich stehe da schmutz das grünzeug wird sich gekümmert so dann gucke ich gleich noch mal die lagerhalle ob da noch irgendwer drin ist ein rtw hätte ich zur not mit vor ort brennungswagen aber die lager ist frei ich bringe dich jetzt zum aldi parkplatz vielen dank da kenne ich auch nichts kein ding du bist so gut zu mir ich sehe schon bei tommy den videotitel ich habe blackie das leben gerettet das ja das war ja das ist das todes aber auf jeden fall ich habe blackie aus dem feuer geholt blackie aus dem feuer gezogen und sogar noch die zigaretten gerettet so blackie du liegst ja ist auch passen wenn die blonde naja das war ja doch klar ist das laut hier so das spiel ein bisschen leiser gedreht das ist schrecklich hier ja das problem kenne ich so mal auf ins franke raus mag das tssf vielleicht noch mit aufbauen äh das tssf hat schon teilweise am elf mit angeschlossen achso ok pass auf dann möchte ich von der wache zwei mal noch die drehleiter haben und ich hole die wache vier noch mit dazu mit dem elf hast du ein fahrzeug da was die wasserversorgung für die drehleiter aufbaut oder muss ich das elf mitnehmen ne ich würde die wache vier dazu alarmieren die kann das so machen ok äh und wo willst du die drehleiter hin haben die kommt äh ungefähr hinter das gtlf würde ich sagen dass die vielleicht noch die lager alle brennt ja auch noch dass du vielleicht damit noch mit drauf halten kannst ok ich hätte jetzt auch über örtlich die drehleiter aus Breuen anfordern können hm ah der hat ja so lange anfordern gehabt hm 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 m er hat den licht ich habe die ganze zeit das modell von diesem lichtmast gesucht also weißt du was nachher direkt geklaut wird ausgebaut reingehämmert akkette nix ja nur dass das blaulicht muss ich abbauen weil unsere beiden rosenbauer fahrzeuge kein blaulicht auf dem lichtmast haben ja du das modell vom lichtmast ist aus bfe ich habe dann nur das ding drauf gesetzt um muss ich aus standard bfe klauen was man halt eben so macht so dass alle fache vier star dann speise ich dann leider gleich ich hätte mich jetzt sonst an die ans gtlf angeschlossen musste ich dachte wir auch mal gut dann gehe ich mal ganz kurz rüber kohlen holen das gleiche ich hoffe er hat in der zeit jetzt auf einsatz stopp gedrückt ja selbstverständlich das problem ist wir dürfen den einsatz jetzt nicht abschließen weil sonst geht ja einsatz start wieder los ich glaube das dauert noch eine weile es brennt doch ganz gut so leiser ist eingespeist mach ich wusste es ja einfach mal tankbetrieb schmutz okay tankbetrieb ist nicht die beste idee ich teste mal kurz was die drehleiter so aushält okay test das mal kann man kann man so machen ich muss man schnell mein elf noch mal umsetzen nee brauchst du nicht ich wollte nur mal gucken nee ich hab ich sonst ist bald wasser alle ach so das problem ist wenn der typ jetzt da oben ohne wasser steht dann hat er gleich ein problem ach quatsch das geht schon wir sind ja sofort wenn du dir mal so die position vom korb an ach da soll sich doch nicht so lullig haben auf jeden fall habe ich jetzt ein pump nee okay die heiß feuer na ok wir haben blacky möglicherweise haben wir einen fall möglicherweise haben wir jetzt einen fall ach ich hab selber ein rtw da als 100 ach schmutz war wieder zu heiß noch viel besseres kann aber passieren ja aber du kannst es wieder löschen du hast wieder wasser und ich war doch ganz ganz gut dass den brandschutz hat er mit genau zieht er sich auch wieder ein bisschen aus dem feuer zurück es brennt auch glaube ich nur noch das grünzeug hier vor ja ja es ist tatsächlich fast aus ja aber sind die sounds so leise hast du auch diese sound mod drin diese die es etwas leiser macht das ist ja schon ein ganz angenehmer auch das überlagern der sounds verhindert es natürlich nicht nur das dann müsste es auch noch irgendwie eine mod geben das wäre echt mega ja aber dass das jetzt gerade hier von 50 rohren auf ein rohr und ein wasserwerfer runter ist machte die einsatzstelle gerade so soundtechnisch als nicht vorhanden stimmt ja du solltest vielleicht auf die lagerhalle halten und die kühlen damit die nicht jedes mal wieder anfängt ja kann ich das einfach so ne dann macht er gar nicht ne kann die nicht kühlen ok dann halt dein löschangriff bereit bis feuer aus ist ja das mache ich so zurück viel verpasst du warum du hast gerade echt viel verpasst warum hat jetzt auch eine aufgabe ja die vier hat jetzt einen feuerwehrmann weniger ach da ist jetzt gerade oh nein ja war heiß oh nein konnte ja keine ahnen ja eben ja ja vorher sollen wir auch wissen das feuer heiß ist also mal ehrlich ja also also die drehleiter fährt direkt in den brennenden baum rein aber der feuerwehrmann der ein hydrant neben dem brennenden baum aufbauen soll ne der ja da war es heiß ja ich bin doch fasziniert dass das ding doch so eine brandlast hat war doch so das ist aber auch ganz geil das mal ein bisschen nicht nur hin ja nicht das nicht nur hin fährst aufbauen direkt vorbei ja fertig feuer aus perfekt schön war es gewesen wunderschön nommi wir sind bei 28 minuten naja das ist ja perfekt das trifft sich ja dann können wir ja hier video beenden und so dann beende mal ne ich habe angefangen ich überlasse dir das ende du fauler sagt das kann ja aber nicht wahr sein na gut hallo komm gerechter arbeitsteilung ja ach dann natürlich na freilich naja dann beenden wir das video an der stelle wir hoffen es hat euch gefallen und wir sehen uns dann im nächsten video stream war's auch mal wieder macht's gut bis zum nächsten mal ciao und tschüss 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 tschau bis denn dann